Hey Leute, was geht ab? Mein neuer Upload-Plan steht fürs Erste. Ob ich mich dran halte, ist eine andere Sache und ich wollte den euch ein bisschen näher bringen, damit ihr den vielleicht auch versteht. Es gibt auf jeden Fall zwei pausierte Projekte. Das ist zum einen Slime Ranger, weil es momentan kein Update gibt und ich finde es ein bisschen langweilig, da einfach nur rumzulaufen. Also es ist pausiert. Dann habe ich noch live im Bunker pausiert nur, also nicht beendet, sondern pausiert, weil ich es eigentlich ganz spannend finde und gerne sehen würde, wie es sich weiterentwickelt. Dann bringe ich euch sechsmal in der Woche jetzt Minecraft, das neue Minecraft-Projekt, was ich gestartet habe. Einfach, weil es ein bisschen ruhig ist und weil ich einfach Lust drauf habe. Sonntags ist so ein Tag, wo ich einfach Ruhe haben möchte, sage ich mal. Da bringe ich nur CSGO, weil ich es momentan eh die ganze Zeit zocke. Ob ich gut bin oder nicht, scheißegal, ich habe Bock drauf. Und sonst kommt da eher nichts. Dann seht ihr es dreimal die Woche Jan wäre. Das ist halt einfach den Grund, ja, es ist momentan auch nicht so viel möglich. Also ich will es nicht jeden Tag bringen, aber ich habe schon Bock, es dreimal in der Woche zu bringen. Und ich bringe es halt unabhängig von Wochentag, wenn ein neues Update rauskommt. Und dann kommt halt einfach auch nochmal ein Video. Und Sims möchte ich wieder bringen. Zwei Tage die Woche beglücke ich euch mit Sims und Montags beglücke ich euch mal mit Let's Twitter. Ich hoffe, ich schaffe das ab Samstag umzusetzen. Ich weiß es nicht genau. Dazu muss noch gesagt sein, das ist halt so ein Plan, der flexibel ist. Also er kann geändert werden, wenn ihr irgendwelche Vorschläge noch habt, wenn ein neues Spiel reinkommt. Und es kann auch sein, dass halt an den Tagen mal einfach Minecraft PvP kommt oder so. Oder ich ein Horrorspiel noch reinbringe, obwohl es nicht auf dem Plan steht. Es ist einfach flexibel. Also so PvP-Sachen, die kommen einfach zwischendurch vielleicht mal, wenn ich Lust drauf habe. Ich hoffe, ihr könnt euch mit dem Plan anfreunden. Und bis dann. Ciao. Ciao.